Meine Damen und Herren, wegen Bauarbeiten fährt dieser Zug nur bis Kaiserdamm. Ich wiederhole, wegen Bauarbeiten fährt dieser Zug nur bis Kaiserdamm. Wie wird nun die Verständnis? Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben Olympiastadion Olympiastadion Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Damen und Herren, wegen Bauarbeiten fährt dieser Zug nur bis Kaiserdamm. Ich wiederhole, wegen Bauarbeiten fährt dieser Zug nur bis Kaiserdamm. Wir bitten um Ihr Verständnis. Danke. Zurückbleiben bitte. Neu-Westend, Übergang zum Bus. Übergang zum Bus. Übergang zum Bus. Übergang zum Bus. Ich wiederhole, wegen Bauarbeiten fährt dieser Zug nur bis Kaiserdamm. Zurückbleiben bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Übergang zum Bus. Theodor-Heuss-Platz, Übergang zum Bus. Ausstieg rechts. Ausstieg rechts. Meine Damen und Herren, wegen Bauarbeiten fährt dieser Zug nur bis Kaiserdamm. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Kaiserdamm. Übergang zur S-Bahn und zum Bus. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. 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 Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.